Der Schwul. Okay, also, ähm, ich gebe zu, ich hatte ihn ein wenig cooler Erinnerung, aber theoretisch war das der, den ich meinte. Oh, Flame Burnham! Gott, sieht der gay aus. Also, ich meine, jetzt ernsthaft, das ist, ich will, ich will ihn nicht schlecht rühren, aber der sieht... Okay, die gibt es ja sobald eben Magi-Imo. Okay, die gibt es ja sobald. Oh, ich bin nur ein paar Punkte mehr als die anderen. Nee, aber schau dir das mal an. Der ist ja Stufe 30, ne? Das heißt, ich werde ihn, wenn ich Stufe 30 bin, auch etwa wiederbekommen. Ich schätze, der wird irgendwann eine Zeit lang wieder verschwinden, ne? Das ist klar. Ähm. Und er hat 59 Stärke, äh, 95 Stärke. Justin hat jetzt schon 83. Und, äh, ich will gar nicht drüber nachdenken, wie viel er noch hat, wenn, äh, wie viel er dann schon hat, wenn er Stufe 30 ist. Aber ich meine, da kommen ja noch etliche Waffen-Level-Ups und so drauf. Da geht's nicht lang. Ah, ha, ha, ha. Ich finde nur noch ich das ein bisschen gruselig, wie... Die Felsen da so wegfliegen immer. Nicht der Einzige, das creepy findet? So, hey, guck mal, ein paar Felsblöcke. Ach, passt schon, kaboom. Auf die Nase. Hm. Wie geht's hier weiter? Warum ist das so langsam, alles? Nein. Nein. Hallo! Ja, 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 klar. Oh, cool. Cool. Lumpschimmel. Ich schau mir die Dinger einfach mal an. Oh, das war schon. Das war schlicht. Schlicht, also effektiv. Das ist ganz einfach, was du? Feuer, Schuss. Gott, jetzt habe ich so viele Charaktere, ich weiß gar nicht, was ich mir die ganzen machen soll. Echt das Problemchen hier. Wenn du Fina ins Kopf abschlägst, gibts auf die Nase. Wollte ich nur so anmerken. Ach, genau, was ich noch nachgucken wollte. Wie hoch ist seine... Achstechnik? 19! Boah, es geht ganz schön ran, ne? Cool, cool. So, noch drei Level, dann kann er... Dann kann ich jetzt wieder eine andere Waffe tragen. Dann nehme ich Gatewinds geklautes Schwert. Haha! So, ach ja, ich wollte mir noch eine andere Technik ansehen. Äh, den da. Den Killer angriffen. Ja, genau, gegen dich da. Sieht... Sieht... ...was dröge aus. Und hinter jeder Ecke Creeps ist das Ätsen. Und hinter jeder Ecke Creeps ist das Ätsen. Also, nutzlose Creepsheit vor allem. Okay, hier ist den Rotteufel. Tschüss da. Oh, flame burn'em! Also, schöne Gelegenheit für Sue, ihre Erde zu leveln, weil Graben... Du kannst es nicht mehr machen! Du kannst es nicht mehr machen! Du kannst es nicht mehr machen! Ich fühl mir eben mal so ein. Ach, Romano. Ich dachte, jetzt würde die Sache mal ein bisschen spannender bleiben. Aber dieses Dorf klingt auch wieder eher so ein bisschen öd. Wie ein Finch! Wenn Ruht Ruht ist doch ein Problem, naja, klasse. Ja, das ist doch ein Problem, naja, klasse. Die Schrauben zerstört. Der Ecke kann auch nicht sein. Die Schrauben Aviation ist schlauier und geschäts. Manchmal ist die Schrauben ebensohn. Hier wird auch ein Problem. Wenn Ruht! Die Schrauben nicht immer mehr dintend! Du kannst es nicht mit einem großen Schrauben! Der Ecken muss das nicht so, was für ein Problem. Das ist gut. Was für ein Fisch. Und wieder die ganze Überblenden. Es gibt ja wirklich schlimmere Spiele, wo die Überblenden länger sind. Vor allem Final Fantasy IX fällt mir da ein. Das ist so, dass es immer noch... Da sind die Überblenden wirklich ziemlich lang. Das ist immer ganz toll. Aber dafür lohnen sich die Kämpfe da auch. Das ist nämlich das Schöne in IX. Da sind selbst Trashkämpfe noch richtig, richtig spannend. Da passiert es nicht nur, dass du kurz nicht hinschaust. Ein bisschen Pech hast. Er wünscht den Herdrecken und er glattet dir mal eben zwei Charaktere um. Das ist richtig, richtig witzig. Ich werde von der Seine IX definitiv irgendwann nochmal let's playen. Ich weiß nicht wann. Aber irgendwann werde ich es machen. Weil ich den dann einfach... Ob man ihn gut findet, das Geschmack sei. Aber ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert. Und häufig unter... Na, wer ist das? Unterschätzt? Aber... Ach, hier schon wieder. Aber ja, wie soll ich hier nachkommen? Vielleicht dann auch erstmal an der DDR2 gleich im Anschluss. Oder das. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Irgendwann wird es halt kommen. Punkt. So, statt Männer. Oh, war cool. Interessant. Da bin ich ja mal gespannt, was dann... Oh, lass das... Keine Steine werfen, bitte. Wow, die Stände nachhauen zu. Okay, das wundet mich jetzt eigentlich, aber... Ach, verdammt. Ich weiß, sie sollte doch... Hm. Pose... Oh mein Gott, ist das hässlich. Früher starb. Gott, was ein Poser, ey. Das ging ja mal gar nicht. Lass mich raten. Äh, was? Ich will nicht handeln. Feuerschaft. Angriff, Eigenschaft, Feuer. Gut, das verrascht mich nicht. Ich wechsel jetzt schon auf das Schwert. Aus dem ganz einfachen Grund, dass... Es eventuell irgendwann nochmal kommt, dass ich eine Axt in einem Dungeon explizit tragen will, weil effektiv gegen die dortigen Gegner, weil momentan ATK stärkste Waffe und der Dungeon ist auch zu... Wiedererwarten aus der Weise mal schwer. Ne, sowas. Und... Dann kann ich die... Dann nimmst mir die Erfahrung noch was, die ich dann gewinne, weil ich das Waffenlevel, wie gesagt, noch ein bisschen anheben muss, sowieso. Ich meine, wir sind 19, das ist ja jetzt auch schon einiges. Er ist halt erstmal mit Gapins Schwert unterwegs und... hebt sich einen Kekzenschuss dran und dann... passt das schon. Ich würde das denn ja nicht schlecht reden, aber... Ernsthaft, Gapins Schwert, das und den Bühnen... Oh, ich hab Abbas. Keine Sorge, hört gleich auf. Ach ja, Schwerte hatten ja dieses... Problem mit dem Sound. War das nicht so? Ich glaube, ich wechsle euch wieder auf eine Keule. Mal ein Ei! Nein, 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 nein! Was soll denn das? Warum kriegst du wieder an? Scheiß, Pflanze! Nein, 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 ich will... Ich will da lang! Ich will da lang! Wann ein Ei! Endlich mal wieder eins! Hier ist es! Okay, ich weiß immer noch nicht, wo es weitergeht, aber Wann ein Ei! Eier, wir brauchen Eier! Ah, muss mit den Worten alles vor ihm. Oh, falsche Steine. And I command you, rise! Was doch. Hm, wo geht's weiter? Verdammt! Hier lang? Hier lang? Nö, nö, nö. Okay, ganz woanders. Ich bin total falsch. Okay. Hm, hm, hm. Label, label, label. Oh, nee. Ach, jetzt bin ich wieder ganz an der Hütte. Ach, geht doch, alle pflegt, sterben. Komme ich hierher oder will ich hierhin? Nein, Teil 2. Hier will ich mich hin. Hier habe ich gerade aufgesprengt. Hier hatte ich davor aufgesprengt. Und hier gibt's... Boah! Dieser Schriftzug könnte ein bisschen früher auftauchen, finde ich. Den diest du echt erst, wenn du schon quasi reinläufst. Ein bisschen schlimm. Aber gut. Okay. Ich habe irgendeinen Weg übersehen. Hey. Wäre jetzt gedacht. Nein, nicht wenn ich ins Haus von Geld bin. Hier dieses Wirbelteil. Hier dieses Wirbelteil. Hier dieses Wirbelteil. Hier ist ein bisschen wie 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 ein bisschen wie